Harry Potter, du hast tapfer gekämpft, aber nun lässt du zu, dass deine Freunde für dich sterben, anstatt mir selbst gegenüber zu treten. Komm zu mir, heute nah und stell dich deinem Schicksal. Komm mit! Wir können ihn aufhalten. Ich wollte nie, dass einer von euch für mich stirbt. Komm schon, Tom. Beenden wir es so, wie wir es angefangen haben. Zusammen! Lauf! Nur ich kann ewig leben. Lauf! ABER Untertitelung des ZDF, 2020